We think we need to learn about legal aspects for other than humans. In doing something experimental, people question whether what we're doing makes sense at all. Hallo und herzlich willkommen zu Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität, der Videoserie der Berlin University Alliance. Transdisziplinarität. Ein schwieriges Wort, aber es lohnt sich zu verstehen, was es für die Forschung bedeutet. Mit Transdisziplinarität öffnen sich nämlich ganz neue Möglichkeiten für Forschende, aber eben auch, und das ist wichtig, für die Gesellschaft. Transdisziplinarität bedeutet ja zuerst mal über das eigene Fach, den eigenen Wissenschaftsbereich hinausdenken. Wer transdisziplinär forscht, hört aber nicht an den Türen der Universitäten und Forschungseinrichtungen auf. Sondern forscht zusammen mit Menschen aus der Praxis, aus den betreffenden gesellschaftlichen Bereichen. Also dort, wo die Forschung auch wirklich wirken soll. Wie das geht, was dabei entstehen kann und was die Forschenden motiviert, das zeigen wir in den nächsten fünf Videos. Die erste Episode führt nach Indonesien. Indra Wan, Ethnologe, und Endira, Künstlerin, hinterfragen in ihrem Projekt die Beziehung zwischen Mensch, Tier und ihrer gemeinsamen Umwelt. Ich habe ein Background in Design und Art. Und unsere Team consists of lots of disciplines. Wir haben Kamil, die Architekt. Wir haben Nofi, die Environmental Scientist. Mia, die WASH Engineer. Und Indra Wan, die Ethnologe. Moara Gembong, ist ein Peripherie, ein Peripherie, ein Peripherie, ein Peripherie, ein Peripherie, um zwei Stunden aus Jakarta. Das ist ein Peripherie, wo es eine Menge Pohrkontakt hat, von den Upstream, weil die Upstream ist vollen von Industrie, Haus, und wir machen eine Engage-Resache, wie eine Recherche-Aktion, auf die Bereich zwischen den Mangrove Forest, genau an der Seite dieser Wasser. Und dann haben wir die Kolonien von Langurs und Monkeys, also die Kolonien von Primaten, die irgendwie brauchen die Hilfe von Menschen, um zu überleben. So, es gibt eine Verbindung zwischen Menschen und der Landschaft, natürlich, der Wasser, und die Primaten und andere Tiere, die auch versuchen, zu überleben. Auf der einen Seite sind die Lokal des Moara Gembong, sie sind von einer low-income Gemeinde, sie beteiligen auf Fischerien, und, auf der anderen Seite, diese Fischerien, die Aquafarms und auch ihre Houses, sie sind aus dem Deforesteren die Mangrove Forest. Die Mangrove Forest, die mangrohe Tres, die Disappear, und auch die Non-Human-Primaten, so es auch erhöht die negativen Effekte des Klimas, so wie Seelevel, Ries, Flooding, Hypersalinity, und so weiter und so weiter und so weiter. So, unser Projekt versucht, zu reagieren zu den Situationen. Wir waren inspiriert von einer Person, die wir da haben. So, der Name ist Padaman. So, er versucht, zu servieren Wasser, Wasser für die Primaten, denn in der Sonne, die Wasser da wäre sehr seltsam. So, dann die Langurs, die Primaten, gehen zu Menschen, und die Leute denken, dass sie ihre Houses verletzten. Aber sie waren nur für Wasser. Und wir haben angefangen, zu denken, über die Beziehung, in jeder Entität, der da ist. Und das ist, so haben wir angefangen, über die Multispeciese Interaktionen, Multispeciese Rights, und das ist, wie wir angefangen haben, zu lernen, über die Aspekte, außerhalb des Menschen. Wir haben viel gehört, über die Beziehung des Menschen, aber wie über die Non-Human-Lifeformen? Haben sie auch ein Recht? Was haben sie 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 ein Recht? Wie können die Menschen für ihre Recht? Wer kann sie ein Recht? Was haben 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 sie versucht, zu machen? Wie können sie ein Recht? Und das geht um zu entwickeln, eine Beziehung. Mit diesem Recht? Wir hoffen, dass mehr mangroove areas werden können. Wir nehmen das sehr, 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 sehr. Wir haben uns mit vielen Schäuern gesucht, die aus der Forderung des Bis zwei Wochen vorhin, wir haben eine junge Schäuern sehr, sehr enthustiert. Sie haben sie gesagt, ich glaube, was du machen ist interessant, aber ein Monk ist kein das ist eine für die Monkees und es braucht und so und so wird die Monkees inkludiert. Das ist der Weg, die wir versuchen. Hoffentlich funktioniert das. Wir wissen noch nicht, wie es mit dem Projekt weitergeht, aber wir haben gesehen, im Sinne der Transdisziplinarität entsteht Neues, eine Kollaboration beispielsweise oder neue Wege, Probleme anzugehen. Rechtsvereinbarungen zwischen Menschen und anderen Spezies zum Beispiel sind eine Möglichkeit, wie man den Herausforderungen der Klimakrise begegnen könnte. Einen anderen Weg, sich für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen einzusetzen, zeigen uns Pega und Tanja im nächsten Video. Sie nehmen uns mit ins Museum, wo sie neue Türen geöffnet haben, hinter denen sich neue Forschungsperspektiven verbergen. Musik